Ja, ja, ich bin da. Ah! Heyo Leute und herzlich willkommen zurück zu Titan. Ich bin alleine. Yay, darauf trinken wir jetzt erstmal an. So, ich werde wahrscheinlich sterben in dieser Folge, weil in der letzten Folge ist passiert, dass Kalle gekämpft hat, aber dann nicht gekickt wurde. Ich wurde gekickt, weil ich zu weit weg war und ja, ich habe meinen Tierapfel gegessen, ich habe meinen Goldapfel gegessen. Ich habe, glaube ich, keine Pfeile mehr. Ich werde jetzt mein Bestes geben und schäune einfach auf den fucking Server. Ja, ich habe mich eh schon mit allem ab. Oh Gott, ich renne jetzt erstmal weg. Weg. Oh! Killer und Anyart sind da. Wollen die mir etwa auflauern? Wollen die mir auflauern? Wo sind die? Ich wette, Patrick GHG und, ähm, wie hieß der andere? Viking, die haben den beiden verraten, wo ich, äh, ausgelockt worden bin. Wo ich gekickt wurde. Und deswegen habe ich jetzt Angst, dass sie mir hinterher gejoint sind. Ähm, ja. Ich habe Angst, bin ich ehrlich. Aber ich, also, zwei gegen einen, gut, äh, das kann ich nicht gewinnen. Das ist einfach so. Das ist die Tatsache. Deswegen, äh, ich muss ja schnell weg, oder? Ich suche den Kampf, so. Wird dunkel, habe Angst. Komm zu mir, Muri. So, gegen mich hat er wahrscheinlich eh noch eine Chance. Lass mal Two vs. Two. Oh, da ist einer tot und ist ausgeschieden. Oh, oh, oh. Der Viking ist tot. Und wo bin ich, äh, hä, hä? Habe ich noch irgendwas zu essen hier irgendwo? Oh, Mann. Ich habe einfach gar nichts. Das ist schade. Ich brate mal hier mein Essen, so. Zack. Und zack. Huch. Da. Pam. Oh, Penny joint. Und Hauptner auch. Oh, nö. Ach, nö. Nicht die zwei. Diesmal schrei ich nicht für euch. Mann. Okay, Essen. Eins. Komm, nochmal was. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Hä? Was? Oh, ich muss da erst was zu essen reinlegen. Mach schneller. Och, Kalle ist mit seinem Ofen gestorben. Och, nö. Kalle. Der hat einen Dia-Ofen. Okay. Ja, nee. Also, das Ding ist jetzt eh gelaufen. Titan ist vorbei. Ich habe mich mit dem Tod abgefunden. Aber ich will im Kampf sterben, ne? Das ist einfach so. Ich lasse den Ofen da jetzt knallhart stehen, weil ich ihn nicht brauche. So. Ähm, gut. Ähm. Oh. Nee, es war eine Fledermaus. Die sich da bewegt hat. La, 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 la. Oh. Kennt ihr übrigens das Opening von Tube Clash 2? Oh, ey. Ich habe so einen Ohrwurm davon. Ich liebe das. Ich liebe dieses Lied. So. Ne? Okay. Wir könnten vielleicht einfach ein paar... Pfeile noch farmen. Ey, Mann. Wäre Kalle nicht... Wäre Kalle auch gekickt worden? Oder... Wer unten... Ja. Jo. Komm, ich kämpfe jetzt gegen Benny und Hauptner. Oh, ich habe doch eh keine Chance. So. So. Mitte. Ähm. Ja, ich gehe jetzt einfach kämpfen, ne? Weil das hat ja sonst einfach gar keinen Sinn. So. Huch. Okay. Muri ist tot. Okay. Tschüssi. So. Ich werde jetzt mal gucken, ne? Also, ich werde jetzt einfach das Ding zu Ende bringen, ne? Also, ich... Ich habe mich ja schon Ewigkeiten mit dem Tod hier auseinandergesetzt. Und... Ich weiß, dass es einfach vorbei ist. Und deswegen... Puh. Gucken wir jetzt einfach mal, ne? Kann ja... Kann ja was werden, so. Wenn beide auf einen gehen, so. Sie sind geschwächt von den anderen Kämpfen. Das klappt so. Ja, wohl selber. Oh, nett. So. Lalalala. Also, ich werde nicht nochmal für die beiden schreien. So wie beim ersten Tod. Ne? Wollte ich nochmal klarstellen. So. Ja, ja. Ich bin da. Ah! Hey! Ich zeige ihm noch Frieden! Dem dreckigen Hund! Mann, Mann, Mann! Ich zeige dir noch Frieden! Stopp! Mann! Benni! Ich wollte noch... Äh, Hauptner. Ich wollte noch was schreiben. Mann! Ich wollte dir noch was schreiben, Hauptner. Mann! Okay. Das ging zu schnell. Oh, Mann! Ich wollte noch einen Screenshot mit ihm. Naja, Leute. Wenn euch Titan gefallen hat, dann, ey, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ihr könnt jetzt gerne ein Best-of schneiden, wenn ihr das könnt. Wenn ihr das könnt, könnt ihr ein Best-of machen. So von, äh, Kalle und mir. Ja, und, äh, dann, äh, lade ich das auf meinem Kanal hoch. Das, was mir qualitativ hochwertig und was halt am besten ist, ne? Und, äh, ja. GG an alle. An Hauptner nicht. Ich wollte noch einen Screenshot mit ihm. Mann, der ist mir noch einen Screenshot schuldig. Äh, schreibt, geht mal alle zu den Buddies rüber und schreibt in die Kommentare, als er mich getötet hat, schreibt in die Kommentare, dass ich noch einen Screenshot von ihm haben wollte. Ne? Okay? Jetzt muss ich hier aber abschalten. Meine Freundin hat mir ein WhatsApp geschrieben. Bis dann und tschüss. Bis dann. Vielen Dank.